jo was geht ab leute heute mit einem normalen video und wir reden über unseren kanal und so mit dabei ist der hallitendo und es werden noch weitere videos kommen und gleich wird dann auch doch ich meine ein bord ist er zieht immer weg er zieht sich komplett weg seit 11 heute auch so echt ich glaube mal wieder so viel sollte da könnte sein weil da könnte ja auch ein beispiel mich als beispiel ein omega der so müll land wird ist kein guter spieler also zumindest ich habe bisher nicht schuld hat er eine goldene farmers man kennt ihn ja eine müllkrammerpistole man kennt die ach komm bitte sterbt mich ich habe schon eine ordentliche waffe er hat eine granate hier hallo hier jung habe ich mich von dem erschreckt ich dachte hätten waffe ich die runde ist wieder doof die die runde rügen wurde wieder so gehen headshots so gehen headshots am zeit habt ihr wieder alles geregelt ach ja leute sagt nicht dass ich die schaffte spieler bin wenn ich eine graue person finde alle geregelt jungs alle geregelt easy ist hier unten noch jemand hier ist ein medikit für dich digga hast du diese headys gesehen ich habe 266 headshots mit zwei schützen gegeben also kanaler habe ich 2015 ja und da wollte ich halt einfach nur zu zum abonnieren und so als erstes man aber ich wollte halt auch irgendwie youtube wie das machen weil es so einfach jeder gemacht hat man ja dann habe ich damit angst ist kein extra wegen dieser truhe hingegangen da hinten ist der fahrer war alter einer lebt nur noch ich habe dann einen gut gedrückt aber denn ich weiß schon was ich sagen wollte immer diese heilung immer diese heilung ich bin der einzige so also ich erzähle mal weil ich mein karl gemacht haben und warum wie von sich so ein ich bin tot ich habe ihn mein gott da ist der volle auf der decke ja da bin ich nicht reingelaufen vor wie viel loot wie viel loot ich habe zwei stück auch das kommt und so weiter und freund gegen bruder und bla 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 und so weiter halt und irgendwann diese runde ist nicht verflucht die letzte aufnahme da kann ich heilung ja können wir dann nicht nicht so was der war schon wieder fünf geht ja ich glaube sie sind auf dem berg wenn ich so meine geschichte ich kann halt noch keine qualität videos machen weil ich noch keine eigentliche habe und hat und halt keinen neuen und halt kein pc du weißt dass ich frage so eine gute wasche und um zu abbauen um abzubauen die konten sachen machen weil ich ja klar drückt ja ich habe geschossen aber egal so auf jeden ich habe doch keine elgato und so weiter deswegen kann ich halt alles klar deswegen kann ich halt noch keine hd videos machen wie andere große hierzu was machen zumindest kann ich ein paar videos machen 2000 jahre später 100 abo special gemacht ich habe mich vor zwei drei wochen und ich kann leider auch keine weiteren videos machen weil während gefällt eigentlich ein gewisses spiel in die kräfe kommt wo ich noch level 80 erreichen muss aber ich weiß nicht also es ist jetzt raten welches spiel es ist und ja das war eigentlich schon mal eine geschichte ne maggie erzähl du mal also wie gesagt was soll ich erzählen habe ich ja gerade irgendwas sagen wollte und ich habe sich bei ihnen zu klatschen er drückt einfach meine tasten hier ist die gegner hier wurde sich runter gebaut und ja jetzt sie sind oben etwas ist das schweiß fortneut ja ach nee diga ist ja jetzt werden wir angeschossen wir werden ja da hinten sitzt sie und von rechts und schweiß fortneut ich bin gelockt das ist einer glaube ich aber egal fortneut ah scheiße ich kopf ich bollte halt bin gelockt sorry für dich schweih Leute also wenn ich gerade am jucken meiner nase bin ich wir sind jetzt ohne gestorben darüber wollen wir nicht reden können ja wir spielen jetzt den neuen modus fein oder keine ahnung final geschichte erzählt gerne erzählte mal gerne er hat er erzählt das ist der neue modus der heute mit dem druck ja ich weiß die müssen wir überall heute dienstag der 19.6.2018 kam der neue modus raus er heißt final gefecht es ist halt ein battle royale ein ganz normales battle royale ich habe den typen auch niedergestreckt mit der pümpelbombe du musst du musst nur sein kopf würden so auf jeden fall also der fall dass der modus final geschichte ist halt ein ganz normaler battle royale nun erst gestorben nun ja bei mir ist einer hinter mir gelandet ja kann ich gerade nicht die zone ist halt riesig mit der zeit wird die halt immer bisschen bisschen kleiner und irgendwann ist die zone halt immer noch groß aber die letzte zone wird dann ultra klein richtig richtig klein und wenn ich gerade ein bisschen ich konzentriere mich gerade auf beide spiel und auch das geben heilung 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 eine rechte danke hier können wir ihre danke ich bin doch kein sterben ja das könnte das ja wie ist so auf jeden fall wo war ich stehen geblieben ahja zone irgendwann ist die zone halt super super klein und wenn dann die nächste hier ist ein gegner der sturm das internet ist für uns alle neuland da unten ist ein gegner in diesem ding da so auf final gefecht erklärt weiter geht's mit diesem schuld ja was erwarten wir zu diesen schuld und was für sieben sind überhaupt sein dass man da ja klar jetzt finde ich doch einfach diese gegner werden wiederbelebt ich gehe runter nein da drüben er hat nicht gezählt das ist so wie das ist so ist du kannst dich hören können jetzt medica ich wollte die heavy mit dem heavy kommt doch der meister bist du sagt ob der meister ja das bin ich soll ich heimlich mit so diesen fünf was erwartet dass sie sind so was sie sind schon sein wird der sache ganz ehrlich gar keine ahnung ich kann es schon da ja weil wenn man so überlegt sie sind durch die gegner wenn man so überlegt sie sind hier ist schon wieder fast vorbei du meinst die vermutenheit ich könnte auch photoshoppen denn es wurde mal im morgen der karte ja mache ich es so dem norden der karte mal ein piratenschiff gesichtet es könnte natürlich auch einfach clickbait mit photoshop aber das weiß man hat nicht keine ahnung manche könnte es so bitte auch noch zu schießen wenn ich erkläre manche sagen auch halt weil jeder kennt den block was das geben der block was ich denke durch diese waren durch will ja die ratten stadt und viele vermuten halt das ist vielleicht weil es könnte ich vielleicht auch sein es ist könnte vielleicht auch sein das ist halbwegs der block was das beginnt der besucher auf englisch der visite der will ja die rakete starten ich kann auch nicht dieses dinge aus ich gehe runter und diese rakete wird wahrscheinlich die ganze welt weg sprengen also entweder es wird nur die wir zwischen 4 erwartet haben oder es wird so alter zu mir so bürchen lahm der gibt und so weiter töte da mal die anderen sein der mate ist bei ihm schießt doch einfach mal ich will aber zählen danke dass du da stehst eine minüt 37 sekunden spät unser liebes ranger lebt wieder eine minüt 1 hallo der ist da unten Leute ich muss mich kurz auf den kampf konzentrieren aber ich rede ein bisschen weiter ähm damit ich den ausrede nach meiner sterbe lol und übrigens heute ein fang äh danke du stehst in meinem weg liebe stranger kommt ja kipp doch ja komm rein oder ich komm für dich heilung heilung du hallung du bist du ja ich bin traurig du bist hier dieser quickscope digger ich baue mich immer aus ohne spaß ich habe null materialien kannst du mal aufhören zu bearbeiten sechs ein halb stunden spät in sie im dann irgendwo der konzern kommt der finale countdown und danach wird das team gewinnen was am meisten noch leben doch er hat der wo ist der typ jetzt da da pushen welche ich baue doch einfach mal baue doch ich brauche doch die ganze zeit jetzt ich bin sicher ich kann nichts machen ich baue baue battle und meine leben wieder an ich bin You will always be by my side